Eine Exponentialfunktion, ich schaue mir die Basen an, 2 und 3, die haben nichts gemeinsam. Also irgendwie so auf eine Basis bringen haut nicht hin. Dann das nächste irgendwie, so a hoch x gleich b und dann geht auch nicht. Also wir haben verschiedene Basen, das geht nicht. Das heißt, das einzige was geht, ist hier auf beiden Seiten den 10er Logarithmus machen. Und dieser Logarithmus haben wir 10er Log gleich, 10er Log brutal, aber damit zerschlagen wir das. Ausmal wird plus. Dann habe ich 10er Log 2 hoch x plus 10er Log 3 hoch x plus 1 gleich, 10er Log 5. Jetzt Exponenten nach vorne schmeißen, so nach vorne. Dann habe ich x 10er Log 2 plus, in Klammern, x plus 1, 10er Log 3 gleich, 10er Log 5. Hier jetzt so, das x muss befreit werden. x 10er Log 2 plus x 10er Log 3 und dann plus einmal 10er Log 3. Okay, okay, gleich 10er Log 5. Ich habe x mal 10er Log 3 und einmal 10er Log 3 und so. Und diese x klammer ich aus. x mal 10er Log 2 plus, nix da, äh doch, in Klammern, 10er Log 3 ist. Und das kommt mit Minus rüber. 10er Log 5 minus 10er Log 3. Und jetzt dividiert durch die ganze Klammer. x gleich 10er Log 5 minus 10er Log 3. 10er Log 2 plus 10er Log 3. In Taschenrechner eingeben, runden, fertig. Und wenn die Gleichung so ausschaut, ist das jetzt auch die einzige Lösungsmöglichkeit. Also mit diesem Hammerverfahren, nee, nicht mit dem da oben, sondern mit dem Hammer da.